Hallo, Deutsch-Videofest ist wunderbar. Heute zeige ich euch einige meine Videos. Das erste Video ist wie ich Löwenzahn ausrotte. Genieße. Das nächste Video hat sich mit dem Doppler-Effekt zu tun. Genieße. Doppler-Effekt mit der Concertina. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen Wundern wagen, abgleiche. Genieße. 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 Ich zeige euch jetzt, dass ich immer noch in den Bergen rennen kann. Genieße. Oh nein, Jackson hat etwas in dem Auge. Ja. Hier sind wir. Das ist mein Co-Co-Co. Was ist falsch? Das ist etwas mit dir. Ich denke so. Oh jeez. Oh. 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 Oh, ich denke ich bin zu weit. Oh. Wieder noch. Oh. Six Flags in Denver. What the? What's that? Und jetzt, spiele ich am Telefon. Internet, downloading anything from the internet? Without your knowledge, your computer might have downloaded. I know everything that's happening to my computer. There's nothing happening without my knowledge. Sir, neither you and me know that your computer has these unordered files or not. Sir, please look at your keyboard. Oh, yes. Okay. What's happening to it? Sorry? What's happening to my keyboard? Sir, I will guide you. Help me. I will help you. Help me. Will you take me? Sir. Help me. I will guide you. Sir. Und endlich habe ich Videos von Jazzy und von meiner Mutter. Auf Wiedersehen. Danke. Take care. Jesus. The songs of praise and of glory fill my ear, and may thy Holy Spirit linger near.